Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler. Wir fahren fort mit dem Geschlecht der Substantive und zwar mit maskulinen Substantiven. Ja, merken Sie sich bitte, maskulin, männlich, sind im Deutschen alle alkoholischen Getränke. Aber es gibt eine Ausnahme des deutschen Lieblingsgetränk, nämlich das Bier. Ja, links wieder das Substantiv, rechts das Beispiel. Der Wein. Trinken Sie ein Glas Wein mit mir? Oh, gerne Philipp, immer. Der Champagner. Frauen lieben Champagner. Ja, Frauen trinken lieber Champagner, das stimmt. Der Sekt. Es gibt guten deutschen Sekt. Ja, Champagner ist also der französische Sekt, das ist der Name, die Marke. Aber wie gesagt, es gibt sehr guten deutschen Sekt. Und der ist nicht so teuer. Der Schnaps. Ich trinke keinen Schnaps. Ich auch nicht, das ist mir zu stark. Das ist ein feiner Kognak. Das ist ein feiner Kognak. Ja, das muss man sagen. Der Whisky. Guter Whisky ist sehr teuer. Ja, guter Whisky ist sehr teuer. Er schmeckt aber auch sehr gut. Ja, sehr gut. Dankeschön, Philipp. Ulf Fisch. Ja, süß. Ja.